Vor langer Zeit, da war ich, da war ich noch so wie ihr. Die Menschen sehen euch an und denken sich, wie wunderbar eure Zukunft sein wird. Sie wollen, dass aus euch etwas Besonderes wird, wie ein Arzt oder ein Anwalt. Ich sage es euch nur ungern, aber wenn ihr hier aufwachst, ist es wahrscheinlicher, dass ihr euren Körper auf der Straße verkauft, oder euch einen Schuss mit einer dreckigen Nadel an irgendeiner Bushaltestelle setzt. Und wenn ihr Glück habt, verdient ihr ein bisschen Geld, indem ihr Crack an Süchtige vertickt. Und ihr werdet ohne zu zögern die Frau von irgendwem umbringen. Weil ihr keine Ahnung habt, was da überhaupt schiefgelaufen ist. Wer weiß, vielleicht endet ihr wie ich. Als Penner mit einer Flinte.